Ich habe Angst um Sie. Genau genommen, nicht Angst um Sie, sondern um Ihre Fähigkeit, Ihre Träume zu realisieren. Wenn Sie Ihr Leben bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 würde bedeuten, dass Sie all Ihre Träume realisiert haben oder gerade realisieren, dann wäre meine Frage an Sie, wo stehen Sie gerade? Wenn Sie sich eine 10 geben, meine Hochachtung und Kompliment. Wenn Sie sich aber eine 9, eine 8, eine 7 oder noch weniger geben, dann stellen Sie sich die Frage, haben Sie genug Länder gesehen? Haben Sie genug Reisen gemacht? Haben Sie genug Menschen geliebt? Haben Sie genug Blödsinn unternommen? Haben Sie sich oft genug blamiert? Haben Sie genug getanzt, gesungen? Haben Sie all das getan, was Sie machen wollten? Oder sind Sie, wie so viele Menschen, mit 30 gestorben und mit 70 beerdigt? Sie wissen, am Ende unseres Lebens kommt bei uns allen so eine gewisse Stunde der Reue. Und dabei bereuen wir sehr, sehr selten die Dinge, die wir getan haben. Wir bereuen vielmehr die Dinge, die wir nicht getan haben. Darum gehen Sie bitte raus, zünden Sie die Welt an und packen Sie es an.